Jetzt gibt es ein Toilettenpapier, das anders ist als herkömmliche Papiere. Das neue Charmin Komfort. Während herkömmliche Papiere gepresst sind, besteht Charmin aus einer samtartigen, speziell verwobenen Faserstruktur, die es reißfest und trotzdem unglaublich weich macht. So gibt es Ihnen jederzeit ein angenehm sauberes Gefühl. Morgen! Für ein angenehm sauberes Gefühl.